15. Während die Sylfen eifrig damit beschäftigt waren, ein System zu errichten, das Wasser auf einen Hügel transportierte, auf dem es noch nie welches gegeben hatte, und Tunnel und Räume in sein Inneres zu graben, sodass die Menschen der allgegenwärtigen Kälte entkommen konnten, fiel ein Großteil der schweren Arbeiten im Camp den Jüngeren zu, teils um sich ihre Energien zunutze zu machen, teils aber auch, wie Morga schon angedeutet hatte, um sich vor Schwierigkeiten zu bewahren. Mit entsetztem Blick packte Hedu Einstein, drückte ihn gegen seinen Bauch und trug ihn zur Kante der Klippe, wo er ihn fallen ließ, genauso wie der auch dieser Arbeit zugeteilte Jugendliche neben ihm. »Sind wir bald fertig?«, fragte er. Der andere, ein pickliger 15-jähriger namens Relic, starrte ihn böse an, obwohl Hedu sich ziemlich großzügig vorkam, weil er noch keine einzige Todesdrohung gegen ihn ausgesprochen hatte. »Vor dem Mittagessen müssen wir noch diesen ganzen Haufen erledigen, oder die Hexe lässt uns nichts essen.« Hedu schaute auf den Haufen, der so groß erschien wie die gesamte Welt und wünschte sich, Soli hätte ihn nicht versprechen lassen, dass er seine wahre Natur verbarg. Relic schlurfte in die andere Richtung davon und murmelte dabei etwas von der Latrine. Dann verschwand er hinter dem Steinhaufen. Hedu ergriff sofort die Gelegenheit, packte sich ein paar Dutzend größerer Brocken und warf sie von dort, wo er stand, über den Klippenrand. Er fang gerade mit den mittelgroßen Felsen an, als er fühlte, dass sich ein Männchen näherte. Sofort hob er auf normale Art einen Felsbrocken hoch und schleppte ihn an die Kante. Ein wenig widerwillig hatte er sich eingestanden, dass die Männer in dieser Welt nicht so waren wie die in seiner. Goway hatte ihm das Leben gerettet, und Devon hatte Soli gerettet. Kel war ein Idiot, aber der Mann hatte dabei geholfen, sie alle hierher zu bringen. Hedu hatte entschieden, dass er sich ein wenig Großzügigkeit und Vergebung leisten konnte, besonders wenn es Soli glücklich machte. Ein Junge schlenderte um den Steinhaufen. Devon war der Anführer der Jungen, ob sie es wollten oder nicht, und er war auch ihr oberster Foltermeister. Hedu hasste ihn besonders. Und das schon nach ein paar Tagen. Er wünschte sich, er könnte ihn wissen lassen, dass er ein Kriegshilf war. Hey, Verlierer, spottete der Neuankümmling mit einem Blick auf den Berg von Steinen. Mehr hast du noch nicht geschafft? Ich hätte inzwischen schon alles erledigt. Geh weg, sagte Hedu. Der Junge grinste. Oh, hast du Angst vor mir? Nein. Lügner. Bevan feigste und trat direkt vor ihn. Er war ein wenig größer als Hedus gegenwärtige Form und, wie Hedu erklärt worden war, um einiges weniger gut aussehend. Soli sagt, du bist hässlich, erklärte Hedu. Der Junge wurde erst bleich, dann lief sein Kopf rot an. Willst du deine Zähne ausspucken? Hinter ihm erschien Relik und schlurfte auf dem Steinhaufen zu, aber als er sah, was vor sich ging, rannte er weg. Willst du sterben? antwortete Hedu und wurde langsam aber sicher richtig wütend. Fast hätte er die Kontrolle verloren, aber die Erinnerung an den Krieger in der Form eines Vogels und seine eigene Niederlage zwang ihn, sich zu zügeln. Soli hatte ihm gesagt, er solle sich wie ein Mensch benehmen. Sie war die Königin. Es war an der Zeit, auf sie zu hören, egal was passierte. Bevan trat noch näher und funkelte ihn zornig an. Du passt besser auf, bei wem du deine Klappe aufreißt, warnte er. Hedu ließ den Stein, den er hochgehoben hatte, auf den Fuß des Jungen fallen. Bevan schrie auf. Ein paar Sekunden später schlugen er und Hedu in einem wundervollen Kampf mit den Fäusten aufeinander ein. Bevan konnte ihm nicht wirklich wehtun. Und es tat Hedus verletztem Selbstbewusstsein gut, dass er auf jemanden einprügeln konnte und tatsächlich gewann. Er drückte gerade Bevans Gesicht in den Dreck, um zu sehen, ob Menschen auch mit Erde in der Nase atmen konnten, als er eine vertraute Hand an seinem Kragen spürte und weggezogen wurde. Ein Moment später betrachtete Galway ihn, und seine Miene war vollkommen unbeeindruckt. Hast du gesehen, was ich getan habe? fragte Hedu fröhlich. Ich habe gewonnen. Ich habe es gesehen, antwortete der Trapper und drehte ihn um, sodass sie in dieselbe Richtung schauten. Dort stand eine schwarz gekleidete, ältere Frau mit rotem Gesicht, so wütend, dass sie fast kochte. Hedu erinnerte sich an sie. Sie war es gewesen, die ihm an dem Morgen überhaupt erst diese Arbeit zugeteilt hatte. Hi, sagte er fröhlich. Bist du die Hexe? Sully war an harte Arbeit gewöhnt, da sie auf einer Farm aufgewachsen war. Trotzdem hatte sie irgendwie gehofft, nie wieder so viele Kartoffeln schälen zu müssen. Sie setzte sich mit einem Seufzer vor die Früchte ihrer Arbeit und nahm ihr Kopftuch ab. Neben Kartoffelbrei hatte sie auf ihrem Teller eine einzelne Scheibe Brot und ein paar gekochte Karotten. Ein Junge setzte sich neben sie, wurde aber sofort zurückgerissen und landete auf dem Boden. Stattdessen plumpste Hedu neben sie, seinen eigenen Teller in der Hand, den er ignorierte und sie breit anstrahlte. Hi, Sully grinste. Er war wirklich süß und seine Nähe ließ ihr Herz schneller schlagen. Die Verbindung zwischen ihnen wurde stärker, je länger sie zusammen waren und sie wurde auch besser darin, seine Gefühle zu spüren. Entweder das oder er wurde selbst besser darin, sie zu projizieren. Was auch immer es war, sie stellte fest, dass sie in seiner Nähe immer entspannter wurde. Entspannt genug, dass ihre früheren Vorbehalte langsam dahin schmolzen. Vielleicht sollte sie wirklich einen Ort suchen, an dem sie noch einmal diese Küsserei ausprobieren konnten. Aber um das zu tun, mussten sie der Witwe Blackwell entkommen. Die Frau hatte die Aufsicht über alle Weisen, was ungefähr zwei Drittel aller Kinder waren, und Sully hatte bereits Horrorgeschichten über sie gehört. Was hast du den ganzen Morgen getrieben? fragte sie. Ich habe Steine bewegt, erklärte er ihr. Dann durfte ich jemanden zusammenschlagen. Dann musste ich Fäkalien aus einem Loch graben. Er zögerte. Was sind Fäkalien? Das willst du nicht wissen. Hast du dir die Hände gewaschen? Er schaute verwirrt auf sie hinunter. Geh und wasch dir die Hände, befahl sie. Sully. Sofort stand er auf und machte sich auf den Weg. Die drei Mädchen, die auf der anderen Seite des Tisches saßen, beugten sich mit leuchtenden Gesichtern vor. Jeder hatte etwas zu sagen. Er ist fantastisch! Wo hast du ihn getroffen? Seid ihr verlobt? Ich würde gerne mal mit ihm hinter dem Vorratszelt verschwinden. Dieser leise Kommentar brachte die anderen Mädchen zum Schweigen. Sie sahen die Sprecherin überrascht an. Sie wirkte, als wäre sie zwei oder drei Jahre jünger als Sully. Was? Als hättet ihr nicht dasselbe gedacht. Sie betrachtete Sully. Warst du schon mit ihm dort? Alle drehten sich fasziniert zu Sully um. Sully errötete. Ich... Sie hatte darüber nachgedacht. Aber wie sollte sie ihnen das sagen? Hidu war nicht einmal menschlich. Sie konnte nicht mit ihm zusammen sein. Oder? Aber sie hatte ihn geküsst, als er sie gefunden hatte. Und das hatte sie genossen. Und er wollte sie so sehr. Jedes Mal, wenn er in ihre Nähe kam, fiel es ihr schwerer, Nein zu sagen. Oh ja, entschied das dritte Mädchen. Sie war schon mit ihm dort. Nein, keuchte Sully. Die anderen Mädchen kicherten. Das könnte ich nicht. Warum nicht? Er ist unglaublich attraktiv. Ich bin Lorraine. Dein Name ist Sully? Das Mädchen streckte ihr die Hand entgegen. Sully nahm sie. Ja, wir sind erst vor ein paar Tagen hier angekommen. Ist uns aufgefallen. Wir sind hier nicht besonders viele. Das hier sind Mel und Aniala. Sie deutete auf die anderen. Ich habe gehört, er hat sich heute Morgen mit Befern geprügelt, sagte Mel atemlos. Er muss sehr tapfer sein. Ja, stimmte Sully unsicher zu. Hedo hatte irgendwas darüber gesagt. Zumindest hatte er niemanden umgebracht. Ich habe auch gehört, dass Luke, unsere Heilerin, jemanden hat sterben lassen, um ihn zu heilen, fuhr Aniala fort. Mein Cousin hat gesagt, Breve würde gesund werden, aber er ist heute Morgen gestorben, weil sie keine Kraft mehr hatte, nachdem sie da einen Freund geheilt hat. Sie starrte Sully ernst an. Niemand versteht, warum sie eher einem Fremden geholfen hat als einem von uns. Breve war schon seit Jahren hier. Sully kämpfte mit ihrem Entsetzen. Da sie gestern und heute im Küchenzelt gearbeitet hatte, hatte sie davon noch nichts gehört. Zu den Zeiten, als sie in das Schlafzelt gekommen war, dass sie sich mit ein paar anderen Mädchen teilte, hatte sie nur noch an Hedo und Schlaf denken können. Was? Breve, wiederholte Aniala. Er war der Schmied. Er ist zurückgeblieben, um mit einer Feuersülfe gegen den Krieger zu kämpfen. Sie haben sie getötet und ihn auch fast. Ich nehme an, man könnte sagen, sie haben ihn umgebracht, da er letzte Nacht gestorben ist. Hey, protestierte Mel. Das ist nicht Solis Schuld. Luke ist ausgetickt. Hätte stattdessen ihr Freund sterben sollen? Erzähl das mal, Briefs Frau. Einen Moment später plumpste Hedo wieder neben ihr auf die Bank und grinste. Ich bin zurück, sagte er. Aber als er sich konzentrierte, spürte er ihre Laune, las ihre Gefühle. Er starrte die anderen Mädchen an. Was habt ihr zu ihr gesagt? Er war nicht wirklich drohend, da er nie eine Frau bedroht hätte. Nichts, antwortete Lorraine freundlich, während die anderen zwei erröteten. Hedo blickte sie finster an, weil er die Lüge spüren konnte. Dann drehte er sich wieder zu Zoli um. Es ist in Ordnung, sagte er leise und beugte sich vor, um ihre Schulter zu küssen. Das jagte wunderbare, warme Schauder über ihren Körper und sie keuchte auf, woraufhin die anderen drei Mädchen zu kichern begannen. Hedo nahm ihre Reaktion als Einladung, streichelte mit einer Hand ihrem Rücken und wollte sie küssen. Das schien eine gute Idee zu sein, dachte Zoli. Schien es wirklich. Einen Moment später erstarrte Hedo, weil ein hölzerner Löffel heftig auf seinen Kopf traf. Muss ich euch zwei trennen? Blafte die Witwe Blackwell. Sie erfuhren, dass die Gemeinschaft aus 200 Leuten aus verschiedenen Dörfern und Weilern in den Bergen von Paraduppe stand. Sie alle wollten mehr, als es den Bauern des Königreiches zugestanden wurde. Es gab viele Frauen und Kinder. Mehr, als Devon bei seiner Ankunft realisiert hatte. Und eine unglücklich hohe Zahl davon waren Witwen und Waisen. Vor dem Angriff hatte es Dutzende Männer mehr in der Gemeinschaft gegeben. Jetzt waren sie alle tot, inklusive ihrer Anführer. Es gab auch mehr Silfen, als Devon je an einem Ort gesehen hatte. Zu Hause arbeiteten sie meist unsichtbar hinter den Kulissen. Und wenn sie sichtbar waren, schwiegen sie. Sogar in den Baracken blieben sie außer Sicht oder in Privatzimmern. Nur die Krieger waren allgegenwärtig. Hier gab es keine Krieger und die Silfen unterlagen keinen Beschränkungen. Sie zeigten sich in so unterschiedlichen Formen, dass er bei vielen nicht erkennen konnte, was sie waren. Auch wenn die meisten die Form von seltsamen kleinen Kindern annahmen. Und alle sprachen und plapperten vor sich hin. Zwar ignorierten die meisten von ihnen alle Menschen außer ihren Meistern, aber untereinander redeten sie, während sie den Hügel in ein gebrauchsfähiges Zuhause verwandelten und all die Aufgaben übernahmen, für die die Menschen nicht geeignet waren. Ist das die Form, wie ihr normalerweise seid? Fragte Devon ein wenig überwältigt seine Silfe. Eine Gruppe aus Wasser- und Erdsilfen grub gerade unterirdische Tunnel für die Wasserversorgung. Sie wirkten wie eine Gruppe kichernder Zehnjähriger und lachten laut, wann immer ihnen etwas gelang. Ihre Meister bewegten sich zwischen ihnen wie Lehrer und halfen, falls es nötig war. Ja, erklärte Airi ihm glücklich. Es ist ein guter Stock. Den letzten Satz hatte sie tatsächlich laut gesprochen, nachdem sie die Form eines langhaarigen Mädchens angenommen hatte. Mir gefällt er, fügte sie hinzu. Devon starrte sie erstaunt an. Er hatte sie nur selten eine feste Form annehmen sehen. Und er hatte sie noch nie laut sprechen hören. Ihm fiel auf, dass sie ihm ziemlich ähnlich sah, als wäre er ihr Vater oder Onkel. Es war rührend. Stock? Fragte er. Wir leben zu Hause in Stöcken, fuhr sie fort. In dieser Welt gibt es keine. Aber da hier so viele von uns sind, haben wir beschlossen, unseren eigenen Stock zu gründen. Ich bin glücklich. Ich hatte nie daran gedacht, einen Adoptivstock zu gründen. Dann gibt es in Ephraim keine Adoptivstöcke? Fragte er neugierig. Er hatte nie daran gedacht, sie zu fragen, woher sie kamen. Niemand tat das. Viele Leute dachten, die Silfen kämen aus dem Nichts oder aus der Hölle. Warum sonst sollten sie das Tor durchqueren? Nein, zu viele Regeln. Wir dürfen nicht miteinander reden, als könnte niemand die Idee weitererzählen. Hier ist es viel schöner. Können wir bleiben? Devon sah sich die Arbeiten an, die gemacht wurden, um den Hügel in ein Zuhause zu verwandeln. Sicher. Wo sonst sollten sie hin? Danke. Airi verschwand wieder und er fühlte ihre Winde um sich. Ich mag es hier. Und sie mögen mich. Ich fühle mich hier willkommen. Jeder redet mit jedem. Er schaute auf die Stelle, von der er wusste, dass sie dort war, auch wenn sie unsichtbar blieb. Beinhaltet das auch Hidu? Nein, er versteckt sich immer noch. Krieger beschäftigen sich sowieso nicht viel mit den untergeordneten Silfen. Sie sind anders. Aber vielleicht will er unser Krieger sein und uns beschützen. Das würde dafür sorgen, dass alle sich besser fühlen. Devon war sich da nicht so sicher. Insbesondere war er sich nicht sicher, ob die Menschen in Airis neuem Stock glücklich sein würden, wenn ein Krieger unter ihnen war. Es schien, als gäbe es nicht eine einzige Familie, die niemanden verloren hatte, als Rill und Mace angegriffen hatten. Und deswegen zweifelte er, ob sie selbst einen jungen Krieger willkommen heißen würden. Die Gastfreundschaft der Gruppe konnte schnell ein Ende finden, wenn der Kriegshilf einen Fehler machte und sich verriet. Devon? Während er noch darüber nachdachte, drehte er sich um und sah, dass Galway auf ihn zukam. Der Wind blies ihm die Wärme vom Körper weg, trotz Devons warmen Mantel. Anders als Devon schien der Trapper die Kälte nicht zu spüren. Interessanter Ort, oder? fragte der Mann. Devon nickte. Allerdings, ich bin beeindruckt davon, wie viel sie hier so schnell geschafft haben. Wann reitest du zurück? Frühestens in ein paar Tagen. Ich riskiere zwar, vom Schnee erwischt zu werden, aber irgendwie will ich sehen, in was dieser Ort sich verwandelt. Und ich will sicherstellen, dass es dem Jungen gut geht. Devons Lachen klang voll. Ich glaube nicht, dass Hedu so dringend Anleitung braucht, wie du denkst. Er ist jung. Jugendliche brauchen immer jemanden, der auf sie aufpasst. Galway schaute in die Richtung zurück, aus der er gekommen war. Morgal hat gesagt, sie versuchen noch eine Heilerin zu bekommen, dachte, wir könnten zuschauen. Die zwei gingen den Hügel hinab. Auf den ersten hundert Metern war die Steigung kaum zu spüren. Dann wurde der Abhang steiler und viel Richtung Ebene ab, sodass eine sich windende Straße nötig war, damit Wagen hinaufkamen. Als Verteidigungsstellung gegen Menschen war der Ort bestens geeignet. Gegen Krieger würde nichts helfen. Vor Devons stand eine Erdsilfe und starrte kritisch auf den Boden. Dann schaute sie zu ihm auf und grinste breit. Einen Moment später tauchte sie in die Erde ein und Devon fühlte, wie der Boden zitterte. Ein Krater erschien und er und Galway blieben stehen. Der Silfenmeister bedeutete ihnen zurückzutreten. Die Öffnung vergrößerte sich auf ungefähr sechs Meter, dann bildeten sich Treppenstufen nach unten. Eine Feuersilfe glitt hinter der Erdsilfe her und erleuchtete den Weg in ein Zimmer, das sich unter der Erde bildete. Devon keuchte auf. Was tut ihr? Er hatte gewusst, dass sie in den Hügel gruben. Aber dieses Loch war mindestens 15 Meter tief. Wir erschaffen im Hügel ein Zuhause, erklärte ihm der Mann. Eine unterirdische Stadt, das war die Idee der Silfen, und schützt uns alle vor diesem verdammten Wind. Er trat einen Schritt zurück, als ein steinernes Dach sich über das Loch schob und sich wölbte, bis es einen Torbogen über dem Eingang zur Treppe bildete. Sie erschaffen wirklich einen Stock, begriff Devon erstaunt. Airi strich ihm von hinten durch die Haare. Es wird gut, versprach sie. Es wird ein Zuhause. Vorausgesetzt, die Menschen konnten es ertragen, daran zu leben. Devon schüttelte den Kopf und ging mit Gowey weiter. Ich weiß ja nicht, wie ich mich dabei fühlen würde, in einem Erdloch zu leben, bemerkte der Trapper, als hätte er Devons Gedanken gelesen. Ich auch nicht, gab Devon zu. Neben den Schlafzelten stand ein weiteres großes Zelt. Gowey führte Devon hinein, und dort sahen die zwei Männer einen riesigen, verzierten Kreis, der auf dem Boden gezeichnet war. Ein Mann mit furchtbaren Narben im Gesicht stand davor. Es gab kein Altar, aber in der Mitte des Kreises befand sich ein junger Mann, der nervös zu den Beschwörungen intonierenden Priester sah. Er keuchte beim Atmen und presste die Hände auf die Brust. Morgal sah auf, als sie das Zelt betraten. Seine Feuersülfe war ein brennender Fleck auf dem Boden. Willkommen, sagte er leise. Er war zugänglicher geworden. Devon nickte. Was passiert? Morgal deutete auf den jungen Mann. Yes hat Probleme beim Atmen. Wir hoffen, dass die Herausforderung groß genug ist, um eine Heilerin anzuziehen. Der Priester intonierte weiter seinen Gesang, hob die Hände und schloss die Augen. Der Kreis begann sanft zu leuchten. Das Ritual war bei weitem nicht so grandios wie diejenigen, die Devon bisher erlebt hatte. Trotzdem öffnete sich ein Kreis über dem Jungen und er zuckte hustend zusammen. Devon wartete mit den anderen an der Zeltwand und beobachtete das Geschehen. Aber nichts passierte. Sie blieben zehn Minuten schweigend stehen, bis der Priester schließlich die Arme sinken ließ und der Kreis aufhörte zu leuchten. Das Tor schloss sich. Ich nehme an, heute gibt es keine Heilerin, meinte der Priester. Morgal seufzte. Ich kann nicht behaupten, dass es mich überrascht. Sie verlassen nur selten die Stöcke, also laufen nur wenige von ihnen herum, um angelockt zu werden. Als Ash mir gesagt hat, dass eine in der Nähe des Tores wäre, hatte ich gehofft, sie würde den Köder schlucken. Wahrscheinlich war sie zu beschäftigt, um es auch nur zu bemerken. Oder ein Krieger hat sie aufgehalten. In diesem Fall hatten wir Glück, dass er nicht durchs Tor gekommen ist. Ihr wisst von den Stöcken? fragte Devon, der sich immer noch nicht ganz von der Enthüllung erholt hatte. Wenig. Ich weiß, dass die Silfen hier einen erschaffen. Das gibt uns allen ein Ziel, auf das wir hinarbeiten können. Die Flucht unter die Erde wird ausgleichen, dass es hier keinen natürlichen Schutz vor den Elementen gibt. Der Mann legte ihm zu. Wenn ihr zu Razep am Fuß des Hügels gehen könntet. Sie hat noch Arbeit für euch und für Airi. Wir brauchen jede Luftwürfe, die wir kriegen können. Kein Problem. Gary drehte sich um und verließ das Zelt. Devon folgte ihm. Als er aus dem Zelt trat, sah er ein gutes Stück entfernt eine Gruppe junger Leute, die von einer Frau in schwarz vorwärts getrieben wurden. Wahrscheinlich zu ihren nächsten Aufgaben. Hedu war unter ihnen. Er schlich sich jedes Mal, wenn die Witwe ihnen den Rücken zuwandte, für einen gestohlenen Kuss an Soli heran. Sie wirkten wie völlig normale Jugendliche, die von ihren Hormonen beherrscht wurden. Devon atmete tief durch. Als verantwortungsvoller Erwachsener sollte er sie davon abhalten, etwas Dummes zu tun. Aber als intelligenter Mann wusste er, dass es keinen Weg gab, sich zwischen einen Kriegshilf und das zu stellen, was er wollte. Also folgte er Gary.